Aber es geht natürlich, es funktioniert und viele setzen das auch schon sehr erfolgreich um, auch einige meiner Kunden, die in ähnlichen Situationen sich befinden oder sich befunden haben. Das heißt, sie sagen hier einfach telefonische Kaltakquise, also ganz böse Zungen sagen, hey telefonische Kaltakquise funktioniert überhaupt gar nicht mehr. DSGVO und niemand stellt sich mehr durch und dadida ist natürlich alles nicht so wirklich nicht so einfach und nicht so pauschalisierbar, wie es manche eben sagen. Manche sagen es halt einfach und vielleicht hat ja auch irgendein Online-Marketer irgendwas ins Ohr getwitchert, also telefonischer Kaltakquise funktioniert nicht mehr, macht meine Online-Strategie, ein bisschen einseitig das Ganze und warum? Da sind wir eigentlich auch schon gleich beim Hauptpunkt, weil ich habe das zehn Jahre lang fast ausschließlich gemacht, PPC, also letztendlich gekaufter Traffic, bezahlter Traffic online ist was? Genau. Was ist das? Kalter Käse. Ja? Dann ist es nämlich Kalter Käse. Ja? Also PPC ist ja nicht Kalter Käse. Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Sobald Kaltakquise Wir sehen uns beim nächsten Mal! Die Jingle Kaltakquise